Hallo, ich mache jetzt quasi ein kleines Let's Show über diese Webseite, und zwar minecraft-server.me. Es ist eine Webseite mit den im Moment beliebtesten Minecraft-Servern. Nummer 1 ist im Moment Empyreon. Wer die Nummer 1 ist, wird anhand von den Stimmen gezählt, aber das erkläre ich jetzt nicht genauer. Man sieht auch noch, wie viele Spiele das online sehen und noch ein paar genauere Infos. Wenn man hier raufklickt, dann kommt man hierher. Hier sind genauere Details über den Server, wie z.B. Bilder, Webseite, IP und worum man auf dem Server spielen soll. Dann hier sind ja noch ein bisschen kleine Randinformationen. Ja, also ich finde die Webseite ziemlich gut, da man einen recht guten Server finden kann. Und falls ihr immer noch nicht wisst, wo ihr den Server, das ihr nehmen sollt, dann nehmt doch einfach Empyreon. Ich finde den Server sehr gut und ich finde, ihr solltet dringend darauf mal joinen. Ich hoffe, dass es wieder euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020